Wie lange kannst du denn noch, Leon? Weiß ich nicht. Heißt was? Weiß ich nicht. Okay. Vielleicht 30 oder ne Stunde, keine Ahnung. Wann hören wir auf? Hä? 30 Minuten, ne Stunde? What the fuck? Ja, wenn du mich fragst, wann, wann? Dann hab ich gesagt, weiß ich nicht. Also weiß ich nicht halt. Warum sagst du dann 30 Minuten, ne Stunde? Ja, halt. Es war das Beispiel. Achso. Ja, dann ist ja okay. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, wenn es das Beispiel war. Oh, da ist der Elias. Warum ist denn der immer gemutet? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Du musst es auch nicht verstehen. Hier, waffel für dich. Ich hab genug Essen. Aber trotzdem danke. Liyas! Geht nicht, geht nicht. Hast du Java noch installiert? Ja. Hast du den ganzen Punkt Minecraft Ordner gelöscht? Ja. Vielleicht hat der einfach die IP falsch angegeben. Ich glaub, das ist das Problem. Glaub ich nicht, Schöner. Glaub ich aber auch. Dann schick ich sie ihm jetzt noch ein drittes Mal. Ich hab in dir auch schon richtig geschrieben. Ich geb sie doch nicht drei miteinander falsch ein. Ich hab sie doch auch schon zwölfmal korrigiert. Kopier sie doch einfach. Ja, mach ich auch jetzt. Kopier sie jetzt und füg sie in Facebook bei ihm an. So, Elias. Kopier sie doch einfach in dir. Okay. Okay. Okay, das kann doch nicht daran liegen, dass ich es falsch angegeben habe. Ja, probier es nochmal. Ich komme auf gar keinen Server. Auf gar keinen. Ja, dann liegt es an deinem Minecraft. Ja. Alter. Ähm, Elias. Ja. Klick dir ein Facebook an Minecraft.sp. Ja, kann man da auch mit seinem normalen Account eingehen oder mit dem Android-Account? Ja, da gibt es halt schon den Namen ein, da musst du halt einfach noch etwas mit eingeben. Matri, Elias. Da ist ja. Hat der Kiel ja nicht auf Premium gestellt? Ich glaube, ich habe auf Premium gestellt, ja, muss ich gucken. Glaub schon. Aber dann kann er ja wenigstens gucken, ob der Server da online ist. Elias, hast du Hamachi? Also hast du es im Hintergrund offen oder so? Oder hast du im Hintergrund Programme öffnen, die aufs Internet zugreifen? Avira. Skype? Avira. Und Skype? Würde ich ausmachen. Nein, Skype nicht. Sicher? Du bist online bei mir, what the fuck? Ja, das kann sein, weil ich gerade in meinem Tablet ist jetzt auf dem Markt. Holy crap. John, wo bist denn du? Hä? Wo bist denn du eigentlich gerade? Ich höre es in der Höhne. Alter, Leon, muss das da sein? Ja, ich... Der Lerner ist auf einmal aus bei mir. Okay, dann liegt's am Server. Ich starte den kurz neu. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss. So, da sind wir wieder. Das war nicht das Problem. Leider. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, ich... Ich... Ich downhack mich auf meinen Kopf. Mach's. Nee, ich schicke jetzt gerade. Ich hab's jetzt schon unten dran. Weil es dauert ja so lange. Wie geht es schneller. So, Dominik, das muss eigentlich nicht alles weg hier. Ich würde es dann einfach bloß abrunden hier. Dass es dann nicht so abgeschnitten aussieht. Dann lass das doch einfach so die letzte Reihe hier. Okay. Dann mach ich hier dann noch ein bisschen. Boah, das kann man ja nicht mehr mehr öffnen. Ich hab'n Endermaner als Schwein. What the fuck? Techshipping ist ja echt fail. Okay. Und du hast sicher nichts im Hintergrund offen. Ja, wir halt, aber das hab' ich grad' auch geschlossen. Alter, bei mir lag's grad' auf einmal so hart. Aber dann liegt das ja an deinem... an deinem Internet. Ja, warum geht denn... Ja, mein Kopf, der Space ist die dichterste Sache. Also, sollte immer gehen. Ich verstehe das nicht. Ich hab' grad' so, der bin laggy bei mir. Dein Computer wird, glaub' ich, gerade zu heiß. Okay. Wann hören wir, wann hören wir auf? Keine Ahnung. Wenn du dir das nicht mitmachen kann, wahrscheinlich bald. Ich hab' einfach morgen nochmal oder so probieren, oder wann seid ihr nicht rausgelegen? Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, du lock'in. Bad lock'in. Ich habe Identity. Bad lock'in? Ja, bad lock'in. Das heißt, das ist kein Problem. Okay, aber du hast den Server gesehen. Nein, warum disconnected denn eher? Was soll'n das jetzt? Hä? Ja, sag mir, dass du noch mal rauskommst, weil der Bad lock'in ist zum Beispiel. Darf ich's hier in den See reinbauen? Elyas. Ich hab' auch gesehen raus. Ähm. Nein. Mann, Leon. Okay, ja. Ähm, Elyas, dann. Ich hab' jetzt geht's. Aber du hast den Server gesehen, er war an. Nein, hab' ich nicht. Hä, wie bist du? Ich hab' jetzt Connect gegangen. Ja, dann mach's das da nochmal im normalen Minecraft. Ja. Jetzt ist er da. Boah, es geht's. Yay. Hallo. Hallo. Ähm, du kannst mal die Kette ein-rüber-rutschen, also alles einmal rüber-rutschen, bitte. Ich hab' ne geile Idee. Hä? Ne, ne, ja genau. Einfach mal alles, dass ich hier, weil ich hier die Mauer machte. Ah. So, sind wir endlich wieder alle? Alle, alle. Ich hab' gerne das Problem wissen, was jetzt das Problem war. Ich versteh' ich auch nicht. Ich hab' ich glaub' das zweite Mal neu installiert. Oh, ne, es wird Nacht. Wollen wir pennen gehen dann? Ich hab' ich immer noch nicht. Ja. Ja, aber jetzt noch nicht. Ja, jetzt wirklich noch nicht. Ich bin ja noch am Baum. Ich hab' auch ein bisschen eigener Schatz, ne? Ja, ich hab' schon wieder vergessen, was ich bauen wollte. Oh, ne? Nein. Brauch's? Das ist schon alles eingebaut. Dankeschön. Wollen wir das so bauen, Elias? Uh, das will ich bauen. Elias, schau mal. Jetzt bringt das. Ah ja, jetzt weiß ich's wieder. Gibt's? Sag's dazu. Geht's jetzt nicht irgendwann weg, wenn da kein Holz in der Nähe ist? Wenn man das überhaupt nicht. Oder weil ich's lieber was anderes. Ach, ja. So, können wir jetzt ins Bett gehen, oder? Immer noch nicht? Ja. Ja, Elias. Wie ist das Bett? Ja. Ja. Okay, ich geh' ins Bett. Ich fliege in der Luft. So, Leon. Leon, wir warten auf dich. Ja. Wir warten alle auf dich. Das ist so gut geschrieben, Lilian. Ja, ich weiß schon. Oh, Alter. Lol. Disconnect Spam. Leon auch. Disconnect Spam. Hey. Wollte ich irgendwas machen? Mhm. Was dann? Wir freuen uns, dass wir ein bisschen schöner machen, dass es nicht so verkannt sich aussieht. Okay. Wir machen das zusammen. Erde sollte genug auf Natur sein. Also besser gesagt, ich möchte das alles auf dieser Höhe haben hier. Also ich würd sagen, bis zum 10 machen wir mindestens, oder? Nee. Doch. Wieso nicht? Wie viel Uhr ist es? Was? 21 Uhr zwei... 25. 26. Ja, aber ich hab' lange noch keine Luft mehr. Warum? Ja, ich bin irgendwie langweilig eigentlich. Solange... Was? Hast du noch eher, oder? Ja.